äh Redstone Hier kriegen wir auf jeden Fall richtig viel man Oh ja, ich merk das schon Bin immer nur ein bisschen bange noch vor Creeper und so'n Scheiß Dahinten chill'ne Spinne Das war erstmal hier Hier oben hab ich mal ne Brücke gebaut Ach krass hier unten bin ich schon wieder Wir hätten glaub ich nen Eimer Wasser mitnehmen sollen Ich hab mal ein Eimer Wasser dabei Geil Ich hab auf jeden Fall ein Eimer Wasser dabei Ich hab unten schon ziemlich viel Lava ausgelöscht Ich werd angegriffen Ich werd angegriffen Jupp Scheiß Zombie Ich komm auf die Diel Zumindest in die Richtung Soll ich mal die Lava-Dinger hier unten schließen Zur Sicherheit Kannst du Alter krass Während ich die Lava-Dinger schließe Fällt der Kies hier runter Hehehehe Das ist heftig Und es wird stockduster Ich gucke mal ob ich irgendwie schon Dazu komme nur ein bisschen Obsidian aus morgen Ich bin reich Du bist reich Ich muss auf jeden Fall noch Vier Blöcke habe ich schon Wie viele Blöcke braucht man für so ein scheiß Tor nochmal Weiß ich gar nicht mehr Ich baue mal auf jeden Fall noch vier Zehn Stück glaube ich Zehn Stück baue ich mal noch ab Das dauert aber ganz schön ewig Zehn Stück davon abzubauen Wenn du atmest ab und zu ziemlich laut ins Entschuldigung Headset Das kann sein dass das der Ventilator ist Das kann für mich auch sein Ich habe mich mal anders hingesetzt Ich habe mich mal anders hingesetzt Überhitzungsschutz des Zimmers Aber ist total auch wieder echt schwül Ich höre die ganze Zeit Zombies man Ich höre auch die ganze Zeit immer irgendwas Aber ich finde einfach nichts Keine Schnitte Ja nö Jetzt verbrennt noch mein Obsidian hier Kriegt man noch einen am Helm Lass mal das Wasser hier weg machen Ey es regt mich grad voll auf Das Wasser Ja Oh ich hab grad mal abgebaut Oh ich hab grad mal abgebaut Oh ich hab keine Fackel mehr neu machen Ich hab grad mal abgebaut Voila Boah irgendwo ist hier noch ne Höhle ey Ja irgendwas muss hier noch sein Ja irgendwas muss hier noch sein Ich hab eben auch so viele Ich sag mal Schreie gehört Von Monstern Das ist echt nicht mehr normal Ne man Ich baue mal lieber zwei Obsidian mehr ab Bevor ich dann da stehe und Reicht nicht Boah ich Klopp mich mal irgendwo durch ey Ist voll laut bei mir ey Da ist schon wieder ein Zombie Kommt hier in alle her Meine Güte Ach hier unten bist du Hä? Du hörst das hier auch ne? Ja ich hör hier Zombies Ohne Ende Boah war ganz schön viel hier Hier muss ein Spawner sein Ja Ja Er muss ganz schön nah sein Er ist einfach schon mal weggegangen Ne ich will den finden Ist ja schon nice den hier zu finden Alter ich hör hier bestimmt 5 Zombies schreien So gefühlte Hehe Vielleicht Vielleicht ist er auch über uns Das kann ich natürlich auch sagen Boah ich bin jetzt erst mal hier geworden aus dem Kolob auch Ich grabe hier so ein bisschen links rechts mal nach unten Du wirst auf jeden Fall ne Stufe leiser Dann musst du irgendwo hier sein Alter Schwer Nur wo Ich dachte mir ich baue ich mal nach oben Finde ich Lapislazuli Ich hab ihn gefunden der ist über uns Sag ich doch Bist du der Krass das steht in dem Loch was du gegraben hast Der ist genau hier drüber Nur ich würde jetzt kein Loch rein machen sonst fallen die nur alle hier runter und töten uns Warte Bis wir uns daneben irgendwie hoch bauen Erstmal was phrasen hier Vor wir da ins Getümmel kommen Müssen wir nur gucken dass wir uns daneben hoch bauen irgendwie Naja hier Ich will schon mal ein paar Fackeln in die Hand Willst du Fackeln placen? Komm mal hin Ich sprügel mit meinem Diamantschwerd drauf los oder wir machen was Wir müssen uns da jetzt Wir können erstmal ein Guckloch machen Ich Bist hinter mir? Ich bin direkt hinter dir ja Ich geb dir Rückendeckung Hallo Alter wie viele Stell dich bitte nicht vor mich Ich schlag die Wow wie viele das sind Ich kann ja keine rein placen Warte Ich place um den Spawner herum Oh jeder eine Kiste Wir machen beide selber auf Intelligent echt Ich hab noch nichts genommen Hier ist aber auch eine Eisenpferderüstung Und Schießpulver ein bisschen Redstone ein bisschen Ansonsten Faden ohne Ende Was soll ich denn mit Faden Stimmt Ich schal das wir hier nicht diesen Schal finden Das wäre jetzt schon geil Wenn wir jetzt diesen Schal hätten Ich pack mal ein Mist da rein Den ich nicht mehr haben möchte Pilze können auch da rein Die will ich nicht haben Die Steine auch Die nehmen jetzt nur unnötig Platz weg leider Deine Spitzacke ist im Arsch Aber krass das ist hier wirklich ein Spawner der von nirgendwo begehbar ist oder Täusch ich mich Ja Der ist komplett eingebaut Hab ich noch nicht erlebt so Ich hab schon wieder was gefunden nach unten Was ergeiert Ich will auch nach unten gucken Ich hab's für Ja Redstone Ich find natürlich wieder nix Bei meinem Glück Für mein Glück finde ich beim Stripmalen außerhalb der Aufnahme Zehn Diamanten und ansonsten gar nichts Ich hab acht Diamanten Echt? Ich hab nur einen Diamantenblock Ja am einen Punkt Also so n Diamanten eher Lass mal da hinten wieder weiter gucken Dass man das ja auch noch übersieht Oolter 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 Was hast du denn da? Eisen? Ja äh Diamanten sag schon äh Eisen 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 Sah mir auch so aus wie Eisen So wie komm ich zurück hier? Hier nicht Heute nicht Oh hier geht's hoch Hätten wir da auch noch n Weg hier Hätten wir da auch noch n Weg hier Hier oben Hier oben? Wo bist du denn? Hier Wo ist hier? Seh die schon wieder nicht mehr Ach da hinten Hier Ah ja Von hier kam man Da unten waren wir schon Guck mal hier runter ey Oh ja Da unten war ich auch schon an vielen Stellen Sicherheit nicht alles Hier ist noch was dunkles Jo hier ist noch ein ziemlich großer dunkler Bereich Du müsste jetzt auch da hinschauen können Irgendwas watschelt da unten rum Ich bin ein Enderman Oh mein Gott Bist du? Du bist nicht da wo ich bin Ähm Ist er bei dir? Er hat sich weggeportet Nicht dass er sich zu dir portet und dich angreift somit einmal Er ist ein Zombie Okay Komm doch hier hin man Was ist mit ihm los? Pinsers Master of Disaster Boah Da ist noch einer Weg hier Du hochsteuern Ich will das Gold da oben haben Nein Ah! Hä? Zombie Nein Da hinten kommt auch ein Zombie Angewatschelt Alter Alter hier sind einfach unendlich viele Gänge man Das ist der Wahnsinn echt Kleinen Einblick hier verschaffen Fuck the place Hä warst du hier auch schon? Ja ich war an so einigen Stellen schon Alter wie viele Gänge hier sind Hier ist Gold und Eisen Grün ist wieder ein Bereich wo ich schon war Hä hier habe ich Eisen übersehen Immer wieder erstaunlich dass man doch immer was übersieht Aber immer wieder übersieht man auch immer was Aber immer wieder übersieht man auch immer was Oh ganz schön viel Da unten ist der Enderman wieder Ja Das Problem ist nur dass es ein Zombie direkt daneben Da kann ich jetzt nicht hin Oh mein Gott hier ist noch ein Zombie Du Wichser Ich ermordel dich Da hinten ist noch ein recht großer Unerkundeter Glaub Bereich Glaub Hier ist ein Monsterspawner irgendwo Ja War so komische Mucke wieder Okay Ja ich höre schon wieder Zombies Hier ist irgendwo ein Monsterspawner Ohja Soll ich gleich zu dir kommen? Ja Musst du mich erst mal finden Musst dich erst mal finden Ja ich bin gerade hier Hab ich noch ein bisschen So Gold Mold und Eisen Eisen Horizon und sowas Wie viel Eisen hier schon wieder ist? So Zombie tot Ne Lava Kammer Scheiß Das war ja von mir Das war ja von mir Scheiß das war ja von mir Sooo Hey ich hab dir aber ein Ja du siehst mich bestimmt Hier hinten Ja ich seh dich Ich seh aber auch ein Scheiß Zombie in der Nähe Ein Boah ist voll laut gerade Ein Zombie Ein Zombie Zombie ey Oh der fucking Enderman da hinten So So Vier Diamantenblöcke hab ich jetzt Ich will gerne den Enderman angreifen Ich will ihn noch gerne vernichten Vernichtet Ne Enderperle Juhu Hat sich doch schon wieder gelohnt die Reise Lass mal gucken wo das ist hier Ich bin so quasi irgendwie schräg unter dir Würde ich mal sagen Redstone 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 Kohle Ich glaub nur die Kohle stürzt mich ins Verderben wenn ich da hinterher renne Weil die so unter der Lava Kammer ist glaube ich Könnte das denn sein ey Ich hör sie doch man Die Zombies Egal Ne Ich such jetzt auch nicht wie so ein bescheuert ne Ja das war grad echt Glück dass ich mich nach oben gegraben hab und sofort war er da Normalerweise findest du die echt selten ne Hörste in der Nähe aber findste trotzdem nicht Das ist halt immer das Miese Jetzt hör ich sie wieder Ui Alter Ich glaub hier wird's ein bisschen lauter Ich bin schallweil so ein bisschen überfordert von den ganzen Gängen die ich hier sehe Hier hinten ist Lava Direkt daneben ist Eisen Ich hör sie doch ey Ich hör sie doch ey Ich hör sie aber auch ziemlich laut hier Toll Das Eisen ist ja für den Arsch Das kann nicht sein wo sind die denn Seit wann spawnt den Eisen immer direkt über Lava Mann Wär ja mal gar nicht sinnvoll das abzubauen Ich hör ja auch einen Muss von oben irgendwo runter gefallen sein der Wichser Ich hab runter Hoch Hä Hä Vielleicht sind das einfach nur ein paar random Zombies Wer weiß Keine Ahnung ey ich geh da Hier ist aber auch sonst nix mehr Vielleicht ist es einfach nur ne Höhle Das kann auch sein Ähm Du prügelt sich grad mit Skelett Okay Ich hör so ein Skelett schießen ich denk mir so ähm Ähm Nicht auf mich Der ist hier oben Alter Ich hab's gefunden Ein Spawner Scheiß Zombie Nein Ich dachte schon Das waren so zwei Zombies hier Zumindest war da grad so ein elegantes Doppelstöhnen Bei dir in der Nähe Bei dir in der Nähe Ähm Schau Eisen Immer wenn ich auf Keys laufe hab ich immer so ein bisschen Panik Ich stürze ja schon ab und zu mal ein Boah hier ist ein fucking Enderman alter Hab ich mich grad erschrocken ey Oh Die sind manchmal ganz schön krass die Viecher Maaan man man ey Bei so Höhlen Gänge die hören einfach nicht auf man Ne Und so viel Kohle hier Das ist ein Creeper Nein Nein Boah Alter Alles gut Ich kann mich nicht weg wegen dem scheiß Wasser Ja Ich hab nur zwei Herzen verloren Ach wenn's mehr nicht ist Ah man ey Na und schon wieder ein Creeper Ey Erstmal wieder was snacken hier unterwegs Alter hier ist schon wieder ein komplett Dunkler Gang Oh mein Gott zwei Zombies ein Enderman Zombie und Creeper ey Und Skelett Und Skelett Ich töte dich ich töte dich Alter Schwede Alter noch ein Creeper Lava Ey irgendwo